Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute geht es darum, dass wir auch endlich mal mit Kleopatra arbeiten können. Das heißt, wir wollen nicht nur einfach Schlüssel erstellen, sondern wir wollen selbstverständlich auch für andere Leute Sachen verschlüsseln und wir wollen deren Nachrichten empfangen können. Also das heißt, heute geht es um die Kommunikation. Das ist interessant für zum Beispiel Messenger, zum Beispiel Web, zum Beispiel E-Mail, all diese Dinge. Und wir können damit auch überprüfen, ob Downloads richtig sind. Das zeige ich euch am Beispiel von GPG4Win selbst. Okay, also was brauchen wir als erstes mal? Wir brauchen von dieser anderen Person einen öffentlichen Schlüssel. In unserem Fall schickt uns diese Person einfach diesen Schlüssel zu. Das wäre der JohnDoe.asc-Schlüssel. Der reicht uns aus, damit wir für diese Person was verschlüsseln können. Wenn ihr euren öffentlichen Schlüssel an andere Personen schicken wollt, dann geht das, indem ihr hier auf euren Schlüssel draufklickt und dann hier auf Exportieren geht und dann eben euren Pfad auswählt, wo ihr das ganze Ding haben wollt. Ja, da vielleicht nicht. Sekunde. Ich möchte das ganz gerne hier drin haben. Und zwar sage ich hier, jo, wir exportieren das als Cedric Mössner. So, und wichtig ist jetzt allerdings hier diese 9C00FCA8, die beim Exportieren manchmal noch dran stehen. Das sind zwar die letzten acht Zeichen hier, aber die kann natürlich ein Angreifer, der euren Schlüssel abfängt, auch verändern. Ja, also verlasst euch nicht darauf, dass die auch wirklich richtig sind. Wenn ein Angreifer hier diesen Schlüssel austauschen würde, wenn ihr den an jemand anders schickt, also zum Beispiel eure E-Mail abfängt und die manipuliert, was ja in manchen Ländern vorkommen kann, falls ihr dort noch unterwegs seid, dann müsst ihr natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen hat man normalerweise seine Schlüsselkennung, also quasi die letzten, quasi der Fingerabdruck, nur ein paar Zeichen davon, hat man normalerweise auf einer Webseite. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Unter Privatmenschen geht man mittlerweile davon aus, einfach häufig, dass diese Schlüssel richtig sind, aber das würde ich nicht machen. Bitte überprüft, also telefoniert zum Beispiel einfach mal kurz miteinander und gebt euch die Schlüsselkennung durch. Die kann ruhig irgendjemand mithören. Das ist völlig egal. Wenn ihr wisst, dass ihr wirklich mit dieser anderen Person redet und die sagt euch diese Schlüsselkennung oder ihr sagt sie der anderen Person, dann, und die stimmen überein, dann könnt ihr diesem Schlüssel vertrauen und es ist völlig egal, ob jemand zugehört hat. Ihr müsst nur halt sicher gehen, dass diese Schlüsselkennung nicht manipuliert wurde. Okay, soviel dazu. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass John Doe uns seinen öffentlichen Schlüssel richtig mitgeteilt hat und wir wollen ihn importieren. Deswegen machen wir hier einfach einen ganz simplen Doppelklick drauf und importieren den in Cleopatra. Hier steht jetzt, sie haben ein neues Zertifikat, öffentlicher Schlüssel importiert, wollen sie es beglaubigen. Und das kann man tun, indem man entweder die Person anruft, eine Visitenkarte verwendet oder, also das ist auch eine super Idee übrigens, auf die ich gerade gar nicht gekommen bin, oder indem man eben eine Webseite zum Überprüfen hat. Und ja, das haben wir ja jetzt gerade getan. Sollte rein zufällig trotzdem, also wir haben es jetzt auch direkt beglaubigt, sollte jetzt rein zufällig trotzdem hier was anderes stehen, als das, was ihr ausgemacht habt, dann solltet ihr ganz, ganz schnell Rechtsklick und Beglaubigung zurückziehen machen und den Schlüssel löschen und nochmal ganz neu übertragen. Aber wenn hier dasselbe steht, dann habt ihr jetzt einen vertrauensvollen Schlüssel und mit dem könnt ihr jetzt arbeiten. So, okay, was wollen wir machen? Ähm, naja, wir wollen jetzt eben hierher gehen und für Johnny was verschlüsseln. Ähm, und zum Beispiel eine Nachricht. Das heißt, ähm, wir brauchen nicht seinen privaten Schlüssel, auf gar keinen Fall, sondern sein öffentlicher Schlüssel reicht uns völlig aus. Und wir gehen jetzt hier einfach mal her, machen Rechtsklick und finden dann hier die GPG-EX-Funktion alle hier drin. GPG-EX ist die, äh, also GPG-EX, sorry, das war ein bisschen genuschelt, ist die, ähm, Windows Explorer Option für GNU, ähm, PG. Okay, das heißt, verschlüsseln, signieren, entschlüsseln, überprüfen, all diese Dinge sind hiermit möglich. Und, ähm, ihr könnt das jetzt hier einfach machen, indem ihr signieren und verschlüsseln macht oder ihr findet alle Optionen hier drin. Signieren und verschlüsseln ist wahrscheinlich das, was ihr am meisten braucht oder, wenn es dann halt zu euch kommt, entschlüsseln und prüfen. Signieren und verschlüsseln ist relativ simpel. Ihr könnt jetzt einfach sagen, ich hätte ganz gerne das Ganze signiert für, ähm, beziehungsweise für mich auch mitverschlüsselt, damit ich es danach auch lesen kann noch und signiert mit meiner E-Mail, falls ihr mehrere habt, könnt ihr hier auswählen, welche. Und ihr könnt es für jemand anders verschlüsseln. Ich wähle jetzt hier einfach mal, ähm, kann ich das irgendwie kopieren oder sowas? Das wäre ganz geil. Ah, übrigens, ihr könnt natürlich auch immer auf die Schlüssel rechtsklicken machen und dann mit dem Editor öffnen. Dann seht ihr hier, wie das ganze Ding aussieht. So ungefähr sollte ein Public Key aussehen. Ihr könnt aber auch hier einfach auf, ähm, auf, äh, exportieren gehen. Ähm, und dann kriegt ihr auch wieder diese .asc-Datei, falls ihr das haben wollt. Äh, scheint, als muss ich das jetzt hier wirklich von Hand machen. Manu. Äh, ich will das, ich will das eigentlich nicht abtippen. Deswegen machen wir jetzt hier mal ein, ähm, ein Details. Äh, gehen hier auf weitere Details. Ne, gehen wir nicht. Äh, wir gehen hier oben auf, wir gehen auf Exportieren. Das war's. Ähm, und hier holen wir uns unseren kompletten Namen, für wen wir auch verschlüsseln wollen. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. So, das können wir wieder zumachen. Ähm, und jetzt haben wir hier doch irgendwo diese Verschlüsselungsoptionen. So, wir haben jetzt hier den John Doe und den können wir hier verwenden. Der ist beglaubigt. Und wir können jetzt hier noch mehr E-Mail-Adressen etc. eingeben. Aber das sollte für uns jetzt erstmal reichen, würde ich sagen. Ähm, und ja, es sieht ein bisschen komisch aus, weil das hier nicht richtig funktioniert hatte. Das ist, wie gesagt, nur mit einer Webseite temporär erstellt. Das ist einfach nur ein Beispiel, damit ihr seht, wie man es machen würde. Deswegen normalerweise würde man hier einfach mit dem Namen arbeiten. Könnt ihr jetzt hier einfach John eingeben, dann hätte man das ja. Hätte ich auch machen können. Ähm, wäre zu einfach gewesen. Okay, ähm, mit Passwort könnt ihr auch verschlüsseln. Dann kann jeder das Ganze lesen, der, ähm, das Passwort hat. Das würde ich jetzt hier allerdings auf gar keinen Fall tun. Ähm, und ich will ja eigentlich auch für mich mit signieren. Warum ist das jetzt weg? So, und wir können das Ganze auch einzeln verschlüsseln und signieren. Würde ich nicht machen. Ich würde jetzt alles in eine Datei einfach reinpacken. Ähm, deswegen gehen wir jetzt hier einfach her und sagen, hier signieren, verschlüsseln und es ist fertig. So, jetzt haben wir die Nachricht.txt und die sieht folgendermaßen auf. Die könnt ihr auch wieder mit einer anderen App auswählen. So, und dann den Editor auswählen. Und hier seht ihr, das ist definitiv nicht mehr lesbar. Das ist einfach nur binärer Kram. Den könnt ihr jetzt nicht mehr verwenden. Ähm, aber ihr könnt es natürlich trotzdem noch lesen, indem ihr hier einfach einen Doppelklick drauf macht und dann sehen wir hier, okay, ähm, Es ist offensichtlich alles richtig und wir können jetzt diese Nachricht auch verwenden. Ähm, wir können aber auch diese Nachricht hier wieder entschlüsseln und prüfen oder wir können sie nur entschlüsseln oder, oder, oder. Wir gehen jetzt mal auf entschlüsseln und prüfen. Dann kommt eben das hier. Ähm, und dann können wir die Datei zum Beispiel wieder speichern. Die existiert halt hier drin schon. Deswegen lassen wir das jetzt mal. So, aber natürlich, diese Nachricht ist nicht für uns gedacht. Die Nachricht ist für John Doe gedacht. Wir schicken jetzt also John Doe die Nachricht und, ähm, der verarbeitet sie eben weiter. So, und jetzt können wir natürlich auch von Johnny zum Beispiel eine Nachricht bekommen, der für uns das Ganze verschlüsselt hat. Und deswegen brauchen wir jetzt erstmal unseren öffentlichen Schlüssel. Wir schicken den mit an Johnny. Ähm, öffnen wir erstmal das hier. Wir können das übrigens auch einfach als Text mitschicken. Können wir auch machen. Und er verschlüsselt jetzt eine Nachricht für uns. So, Sekunde. Okay, und das Ganze kommt zurück als MessageFromJohnny.gpg und wir können jetzt hier einfach einen Rechtsklick drauf machen. Können das Ganze entschlüsseln und prüfen und können hier das Ganze speichern. Und wir haben eine MessageFromJohnny. Und was steht drin? Naja, das machen wir doch mal auf mit, ähm, wo ist es denn? Wir machen es erstmal in eine .textdatei, damit ich das richtig aufmachen kann. .txt. So, und wir sehen, Hallo Welt hat uns Johnny geschickt. Wie schön war das denn bitte? Super geil. Und ja, damit können wir arbeiten. Also so können wir quasi Dateien hin und her schicken. Jetzt ist natürlich eine wichtige Sache, nicht nur, dass wir Dateien verschlüsselt hin und her schicken, sondern dass wir auch Dateien einfach nur signiert hin und her schicken. Das gibt's auch. Und das findet ihr häufig auf Webseiten. Zum Beispiel von GPG4Win. Wenn ihr das ganze Ding hier runtergeladen habt, also quasi auf der Download-Webseite, gibt es hier unten die OpenPGP Signatures and Source Code Packages. Und das funktioniert im Endeffekt genau gleich. Ihr könnt das Ganze hier überprüfen. Also das war quasi der Ort, wo ihr das Ganze runtergeladen habt. Das ist eure Executable-Datei. Und ihr könnt diese PGP-Signatur auch einfach runterladen. Das heißt, ich gehe jetzt hierher und lade mir die .sig-Datei runter. Das ist alles. Und die ist sozusagen eine Signatur für diese .exe-Datei. Und wir können jetzt hierher gehen und die einfach mal im Explorer öffnen. Das heißt, wir sehen hier diese GPG4Win. Das ist quasi genau derselbe Dateiname, nur mit eben .sig hinten dran. Und damit weiß Cleopatra, okay, überprüft doch bitte die Signatur von dieser Anwendung mit dieser Signatur. Wir machen hier einen Doppelklick drauf, öffnen das Ganze mit Cleopatra. Dauert ein bisschen. Und ja, wir haben jetzt leider nicht ganz alle Schlüssel. Hm, was machen wir denn? Naja, wir können diese Schlüssel aus dieser Signatur auch importieren. Das heißt, wir können hier einmal den importieren und einmal den anderen importieren. Wir brauchen sie aber noch. Wir müssen irgendwo noch die Schlüssel, also die .asc-Dateien von GPG4Win herbekommen. Wo kriegen wir die her? Normalerweise findet man solche Sachen immer, wenn man ein bisschen sucht. Das heißt, ihr müsst hier ein bisschen suchen, wo ihr quasi diese Dinger herbekommt. Und findet das dann, wo ist es? Verify. Hier, das ist immer ein guter Punkt, wenn es eine Verify-Seite gibt. Check Integrity. So, und wir können jetzt hier quasi überprüfen, ist das ganze Ding ja richtig? Ja, hm, schwierig. Wir haben ja immer noch nicht diese ganzen Keys. Hier steht übrigens Previous Public Keys. Das heißt, bis 2021 wurden die benutzt. Mittlerweile nicht mehr. Hier oben, man muss jetzt halt tatsächlich lesen und sagen, okay, auf der GnuPG Homepage können diese Keys runtergeladen werden. So, und das hier sind offensichtlich unsere ganzen Keys, beziehungsweise unser einer Key, den wir hier brauchen. Das sind eigentlich drei Keys drin, nicht wundern. Und wir speichern uns das jetzt mal wieder hier und erstellen uns eine neue Textdatei und nennen die einfach mal, wir lassen sie einfach mal ein neues Textdokument. So, und jetzt benennen wir sie um. Also so ist es einfach. Hier einfach reinpasten und dann sagen wir hier GnuPG Keys.asc. Dann wird es direkt mit dem Ganzen verbunden. Wir machen hier einen Doppelklick drauf. Wir importieren drei Schlüssel und sehen hier, dass wir André Heinecke als Release Signing Key haben. Wir haben hier einen GnuPG Release Key. Wir haben einen Diss Signing 2020 Key. Und ja, die können wir jetzt verwenden. So, jetzt sind die allerdings alle automatisch nicht beglaubigt. Und jetzt müssen wir nochmal hergehen und die überprüfen. Das heißt, wir gehen hierher auf die Webseite. Hier oben stehen die ganzen Meldungen, beziehungsweise die ganzen Fingerabdrücke. So, und jetzt gehen wir hierher und überprüfen. Jutaka hat den Abdruck C8BD am Ende. Dann kommt 19C6 und so weiter und so fort. So, der scheint richtig zu sein. Also beglaubigen, beglaubigen. Okay. Dann der nächste Schlüssel ist der von Werner Koch. Der ist hier 3ADA, ist der letzte Block. Dann 264A und so weiter und so fort. Wir überprüfen das kurz und sehen, okay, der ist auch richtig. Also können wir den beglaubigen. Wäre jetzt peinlich, wenn ich mich verlesen würde. Aber ist unwahrscheinlich. BCEF 7E29, 4B09 und 2E28. Also auch richtig. Also können wir den auch beglaubigen und haken dran. So, und jetzt habe ich die Schlüssel von GNU-PG in meinem ganzen, in meinem Kleopata drin. Und jetzt kann ich hier einfach hergehen, kann hier draufklicken und kann nochmal die Signatur für meine GPG4Win überprüfen, indem ich hier einen Doppelklick drauf mache. So, jetzt dauert das ganz kurz und es dauert immer noch ganz kurz. So, und wir sehen hier, es fehlt immer noch was. Aber das Tolle ist, wir haben, also es sind zwei Signaturen in dieser .sig-Datei drin. Und es sind zwei gültige Signaturen, das heißt, die sind beide richtig. Und einer Signatur davon vertrauen wir auch vollkommen, nämlich dem André Heinecke, den wir gerade hier überprüft haben. Zu dieser Signatur ist volles Vertrauen, das heißt, das ist in Ordnung. Und wir können davon ausgehen, dass diese Datei jetzt auf dem Weg auch nicht manipuliert wurde. Sonst wäre der Schlüssel von André Heinecke manipuliert worden. Und das ist er nicht. Das haben wir ja geguckt. Der ist ja auf der Webseite. Jetzt kann es natürlich immer passieren, dass die Webseite gehackt wird, die Schlüssel ausgetauscht werden und hier dann auch ein anderer Fingerprint steht. Dagegen seid ihr nicht gefeilt. Das ist keine Sicherheit dagegen. Es ist nur eine Sicherheit, wenn die Schlüssel richtig ausgetauscht werden. Danach kann euch niemand mehr was. Das heißt, jetzt kann niemand mehr irgendwie die Kommunikation von mir und John Doe oder eben die Releases, also die Sachen von GPG4Win bei mir kaputt machen. Weil ich jetzt genau überprüfen kann, ob die Sachen auch wirklich stimmen. Und ja, jetzt kann ich natürlich auch solche signierten Sachen erstellen. Ich kann sie auch entschlüsseln oder überprüfen. Das würde ich euch meistens empfehlen über das Kontextmenü. Also ich kann hier auch ein Rechtsklick machen und kann dann eben hier auch ein Signieren und Verschlüssel machen. Oder ich kann es nur signieren, wenn ich das möchte. Und ja, schon funktioniert das alles ganz gut eigentlich. Das ist so der grobe Use Case von GnuPG, wenn man es als Privatperson benutzt. Es gibt natürlich noch andere coole Sachen und die schauen wir uns ab nächstem Video an. Bis dann. Ciao. Ciao.